Servus, Mosche. Heute mal ein Gruß aus dem Urlaub. Ich bin noch ein bisschen weggefahren. Jetzt, die Herbstferien waren ja noch und ja, da habe ich noch ein bisschen dran gehängt. Ihr seid vielleicht auch noch weg oder gerade wiedergekommen und habt heute am Montag der erste Arbeitstag. Au, ja, ich weiß, das ist hart, aber Kopf hoch, das geht schon. Naja, ich wollte auf jeden Fall einen Gruß schicken, auch wenn ich weg bin. Ich weiß, ohne mich ist das ja sowieso sonst zu schwer, aber ich bin ja da. Naja, jetzt macht noch was Schönes abends. Das Wetter ist ja noch gut, es lässt sich ja noch zu. Wir müssen das noch ausnutzen, weil jetzt macht es plopp und da sind wir schon jetzt in der Vorweihnachtszeit. Ah ja, denk doch mal nach. Jetzt können wir uns schon einen Kopf machen, was wir so zur Geschenke kaufen müssen. Ah ja, loko, das ist jetzt bald. Naja, so ist das. Also, dass die Wäsche noch schön ein bisschen rausgehe, solange es geht. Ich genieße noch ein bisschen den Urlaub. Nächste Woche komme ich gerade erst wieder, aber ich melde mich natürlich trotzdem, ist doch klar. Und hier jetzt noch zum Abschluss, wie immer, ein ganz kleiner Witz. Da sitzt der Pärche abends auf der Bank und klotzt in den Himmel. Seht sie auf einmal, gucke mal, da oben, ein Sternschnupp. Ich wünsche mir, dass du mich heiratst. Seht er ganz aufgeregt, das war doch nur ein Flugzeug. Ja, so ist das. So kann man auch mal ausreichend benutzen, ist doch klar. Also ihr Lieben, passt schön auf auf euch. Wir hören uns nächste Monat wieder. Macht's gut. Tschö.